Äh, lass mich jetzt durch, bitte. Oah. Äh. Ich komm mal nicht mehr raus. Verdammt. Äh, so. So, ein bisschen mehr Anlauf. So, dürfte es klappen. Oder ich mach's einfach so. Okay, eine Idee hab ich noch, aber... Das ist das Klappen im Leben. Hey, wieso sollte das klappen? Nö, dachte ich mir schon, dass das nicht klappen wird. Was auch immer ich da gerade vorhatte. Da oben ist auch noch ein zerbrechliches Ding. Fenster und so, aber... Oh, ich bin schon wieder hier drin. Der Teich des Todes. Lasst mich raus hier. Lasst mich raus. Ja. Ah. Ah. Ne. Ah, okay. Was klar ist. Er meint nicht das Building. Das dürfte klar sein. Bringt das was, wenn ich hier... Da war ja auch noch einer. Hier komm ich gerade so hin. Hopp. Nö. Ah, ah. Ich geh nochmal hier kurz hoch. Aber ich hab nicht viel... Nicht arg viel Hoffnung, dass es was bringt. Hopp. So. Äh. Das Ding hat vielleicht was damit zu tun. Könnte. Man tut realisch. Ich meine, alles könnte damit zu tun haben, aber... Hm. Ich wollte eigentlich einen Safe State davor machen. Oh, macht hier einer. Ah. Hm. Wah. Ist da drunter irgendwas richtiges? Wah. Kamera. Kamera. Die völlig rumspinnt. Okay. Nö. Da roh ich nichts. Nope. So. Dann warte ich mal kurz. Da geht's nicht rein. Da unten geht's auch nicht rein. Äh. Diese Fenster scheinen okay zu sein. Offenbar. Oder so. Hm. Können wir jetzt noch eines nachprobieren. Und zwar ab. So. So. Wow. Ah. Okay. Okay. Das ist, ähm, auch schon relativ schwer, aber... Ich denke vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Seitdem ich das Chi-Guy-Rätsel mit dem Wind da gemacht habe, muss ich mich erst wieder darauf einstellen, dass vielleicht doch nicht alle... Ähm. alle Rätsel so schwer sind. So schwer sind. Hopp. Okay. Wie mach ich das? Ja. So nicht. Okay. Das hab ich gleich. So. So. Aua. Nope. Okay, das ist so schnell, wie wir hierher kommen können. Ah, ah. Verdammt. Wie? Wie, nur wie? Ah, Doppelsprung. Okay, kapiert. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ich bin etwas leise, weil das tatsächlich mal ein Moment ist, an dem ich mich konzentrieren muss, wie ihr merkt. Ich kann normalerweise... Ich hab's gleich, verdammt. Hopp. So. Ah, beinahe. Okay, das schaffe ich. Das schaffe ich, das schaffe ich. Es tut mir leid, wegen dem vielen Laden. Äh. So. Bam. Und jetzt? Na gut, dann machen wir's halt auf die langweilige Art. Ja, so. Jetzt weiß ich, wieso es den Teich hier gibt. Ach gut, geht doch. Gut. Ich dachte gerade, dann kommt man nicht mehr raus. Wir haben's gleich, wir haben's gleich. Ich nehm schon wieder länger auf, als ich ja nicht wollte. Ach, ich muss eigentlich mal Essen bestellen. Sonst Hunger. Ich heut Abend. Los, Mario. Hopp. Ja. Hopp. So. Dann machen wir's einfach nochmal. Außer das... Oh, wehe, das... Das Dings ist wieder da. Könnte gut sein. Nein. So. Endlich. Wow. Eine Rutschbahn. Okay. Hopp. Ich hätte da vielleicht ein Safe State machen sollen. Hopp. Äh, auch wenn's bisher noch nicht so schwer scheint. Okay. Interessant. Hier gibt's also acht rote Münzen. Cool. Eine Welt in einer Welt. Das ist immer schön. Ähm. Okay. Da müssen wir durch, glaub ich. Aua. Ah, fuck. Klappt nicht so ganz. Wir sind halt kein Yoshi. Ab. Okay, wir schaffen es da am besten hoch. Ah, perfekt. Und wir hatten zum ersten Mal den Metallanzug. Auch schön. Äh. Komm. Komm. Aua. Komm. Los. Mario. So, der will er uns gerade nicht ab. So. So geht's auch. Au. Das ist der B. Du Arsch. Au. Shit. Kommen wir da irgendwie hin? Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass es nicht geht. Äh, Kamera. Kamera. Danke. Ach. Okay, verstanden, verstanden. Hier bekommen wir... Ah, shit. Autsch. Okay. Ähm, ja, hier bekommen wir den Metallausflug... Anzug, nicht Ausflug. Was auch immer ein Metallausflug ist. Hm. Vielleicht Wacken? Egal. Hm. Wa. Nein. Beinahe. Verdammt. Okay. Nein. Shit. Da habe ich ein Safe State gemacht. Ah. Okay. Nochmal. Haben wir ja schnell wieder. Drin. So. Und jetzt haben wir hier ein Safe State. Ah, ja. Hopp. So. Das Leben erfüllt uns mal recht wenig. Aua. Aua. Die Metallmusik ist auch nicht schlecht. Da, 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 da. Ups. Wurde ich gar nicht hoch. Da, da. Wa. What the fuck. Okay. Das war ein Glitch. Hopp. Was. Da, da, da. So. Können wir jetzt eigentlich durch, äh, Lava gehen? Mit dem Ding? Nochmal ausprobieren. Nein, aber wir kriegen kein Damage. Auch nicht schlecht. Okay. Hopp. Aua. Komm, an diesem Mal wissen wir, dass wir was machen. Aua. Wenn der uns nicht die ganze Zeit nerven würde. Komm. Das schaffen wir. Nein. Thumbs. So. Komm. Au. Du nervst. Lass mich in Ruhe. Gut. Stay state. Jo. Jetzt schaffen wir's. Oh. Das hat ein bisschen lang gedauert. Sorry, Leute. Egal. Boim. Du hast gerade auf den Metallcab-Switch. The Metalcab makes Mario invincible. Now Metalcabs will pop out of all the green blocks you find. Would you like to save? Ja, natürlich. Cool. Das ist natürlich praktisch. Jetzt haben wir unsere Metallcabbe. Das bedeutet, wir können ein paar andere Levels noch machen. So. Das noch. Perfekt. Versinken wir hier? Nee. Ähm. So sieht's aus. Emische Musik. So. Ah fach. Komm her. Ah. Shit. Ah, okay. Wir brauchen noch mal die Metallcabbe, bitte. Äh. Safe State. Ob ich das nochmal machen muss. Wie viele fehlen uns denn noch überhaupt von den blau-roten Münzen? Wie fehlen uns denn noch? Ops, das ist ja zu weit. So. Okay. Okay, wir kommen jetzt dahin. Wo ist denn die? Da! Hilfe! Kann die Kappe hier irgendwo etwas besonderes? Safe State. Ops. Deswegen nämlich. Ich brauche mehr Anlauf. Verdammt. Naja, das wollte ich eigentlich nicht. Egal. Ob ich hier überhaupt die Metallkappe habe. Ja, wahrscheinlich macht mich das Ding hier fertig. Wir brauchen noch einen, oder? Achso, das macht mich unverwundbar. Das heißt, ich kann einfach so machen. Ja, da ist einer. Ach, komm! Mario! Oh, perfekt. Danke, Mario. Sieben. Safe State. Das heißt, noch eine. Wo ich jetzt aber nicht genau weiß, wie man da hinkommt. Ja. Ops. Okay. Nochmal Metal Cap. Ah, das sollte wenigstens auch Metal laufen, Mensch. Äh. Ich will Metal hören. Aber die Musik ist auch nicht schlecht. Hopp. So. Wie mache ich das jetzt am besten? Ach. Äh. Okay. Ähm. Okay. Was? Was passiert, wenn wir... Doch, wir müssten uns eigentlich nur schneller bewegen, wenn wir unverwundbar sind und dann, ähm, entflammt werden. Hallo. Ja. Ähm. Müssten wir uns eigentlich rein theoretisch? Oder? Komm. Na. Hopp. Komm. Brenn mich ran. Nö. Geht gar nicht. Okay. Willkommen, meine letzte Münze. Große Frage. Komische Aufgabe, wenn wir dafür nicht mal die Metallkappe brauchen. Bis auf einen. Das ist ein bisschen komisch. Ah. Naja. Toll. Mario gets stuck. Again. Ich hab Hunger. Hopp. Okay. Wie machen wir das? Wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das? Müssen wir jetzt hier auf der Stelle einen Salto machen? Nein. Das hilft nicht. Aber. Ha. Das könnte eine Weile dauern, Leute. Nein. Wie schafft man es da hoch? Ich brauche ja fast schon eine Flugkappe. Ich brauche ja fast schon eine Flugkappe. Ich wüsste gerade echt nicht wie sonst. Ah. Wir können hier auch nicht irgendwie höher springen mit der Kappe oder so. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Hallo. Hey. Das ist viel zu weit oben. Da muss es irgendeinen Trick geben. Ich komme gleich drauf. Ich komme gleich drauf. Ich komme gleich drauf. Viel zu weit oben. Viel zu weit oben. Viel zu weit. Ich möchte jetzt aber euch eigentlich auch ungern zu lange warten lassen. Oh. So. Wie macht man das? Achso. Reicht das? So. Oh. Okay. Die rote Münze hat eine etwas große Hitbox. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Okay. Dann haben wir es jetzt endlich. So. Hier muss ich aufpassen, dass ich nicht versinke. Wieder wie vorher. So. Hopp. Nein. 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 Verdammt. Mario. So machen wir das. Gut. Endlich. Das war doch das, was wir tun müssten, oder? Okay. Ich bin verwirrt. Na gut. Ähm. Ich muss aber wirklich mal was essen. Kommentieren. Favorisieren. Abonnieren. Wie auch immer. Euer Headset Sniper. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.